Vor dem hatte ich letztes auch, ich glaub vor 4 Tagen, ich musste dringend pinkeln und dann war ingame und ich glaub ich hab sofort auf die Fresse gekriegt als ich der aber verspult Ich bin schon beim ersten Gnauato Ich mach den ersten Haken Die Klickzone die sind so Ah jetzt wieder gefehlt Beinmal gefehlt, ALTER Wow die Dinger sind so klein geworden, was ist denn los? Das ist echt kacke Wem haben wir als Gegner, weißt du das? Ich hab noch nichts gehört Doch, ich hab ihn gehört, ich hab ihn gehört Es ist Michael, es ist Michael, es ist Michael Es ist Michael und er hat mich und er knallt mich rein Oh mein Gott Oh mein Gott, sie haben Candy getötet, die Schweine Die Schweine Die Schweine Die Schweine Oh Ne Oh ich bin losgeworden Es ist im großen Haus drin, da wo es komisch läuft, jetzt wieder Leon schnüpft und er vögelt da glaub ich gerade ein Er ist noch im Haus Hast du grad nen General? Ja Ich lass die ganze Zeit krachen Ja 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 Ich geh den vom Netzwerk zu uns, weil Ja scheiße Ich lauf lieber mal Ja 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 Hier läuft noch einer grad an mir voll schnell vorbei und dann kommt schon Michael Ja 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 Zack, 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 zack Aber damals konntest du die Ach, ich hatte schon alles sabotiert Damals konntest du die Killer noch an den Haken erkennen Die hatten dann irgendwas anders rumgetüdelt Also um die Haken, wo man die Leute halt aufhängt Ähm Der komische Geist, der hatte irgendwie so Klopapierrollen drum gewickelt Und der Kettensägen-Typ hier, der hatte irgendwie so ne Stahlketten drum Musstest du nur an den Haken gucken, dann konntest du sagen, der und der ist es Aber das haben sie weggefetched vor 6 Monaten oder so Das ist leider nicht mehr machbar Weil du konntest den sofort, äh Sofort erkennen den Wichser in den Strich rein Ich nehm ihm erstmal einen Totem weg Vielleicht hat er irgendwie einen Totem perk Normalerweise ist er ja nur die Hexe, aber Ich mach's trotzdem mit 400 Punkte Hehehe Kann man auch nicht haben 400 Euro Auf dem Konto, läuft, Chekov Das ist nur der Bildschirm schon, aber du Deppbund, hallo Hallo Okay, sie retten ihn und wir beiden machen Generator, wa? Na na, Generator, sauer Ich hab gefehlt Ich bin schlecht Scheiße, du mein Alter Du mein Alter Ich bin so scheiße, ey Ganz ehrlich, die haben die Tone sowas von reduziert Ja, keine Ahnung, 10% Reicht für den alten Mann mit 37 Jahren, Alter Ja, ha, 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 ha Ja, ha, 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 ha Ja, komm, komm! Wir VR Sack du X2 Wir knallen das 탄, das Ding, wenn nichs mehr geht, Ey crude Ab jetzt! Ha, ha, ha ihr naß es knallen Ja, man Kippin Gib ihm Gib ihm 달 Soll ich jetzt den Knaller zündchen, zünd den Knaller, klopp. Was ist ne Verräterin? Kann man im Spiel nur bei mir knallen? Das ist so geil, ey. Nein, du Sack. Du Scheiße, ey. Ey, das wird ja nicht geil. Die haben die Sohn so klein gemacht. Das gibt's gar nicht. Oh, fär doch mal, Alter, was ist los? Jetzt rein, die was? Hier mal, Alter! Du kackst dir, die, 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 die... Alter! Ich renne lieber weg. Oh, der Killer, Alter, der Killer, der Killer! Okay, ich bin weggerannt. Der rennt hinter mir her. Der Schmuel! Ah, nein! Alter! Ich halte ihn gerade. Okay, ich schlieb. Das klappt aber auch nicht so gut. Ich verkack bei den Killer, wie wenn ich bei ihm auch renne. Oh, Scheiße, ey. Okay, ich muss mich konzentrieren. Oh, Entschuldigung. Oh Gott. Er hätte lieber sterben sollen. Das ist ein Fenster gewesen. Okay, Markus. Ach, du liegst ja schon. Oh Gott. Okay, okay, okay. Bringt er dich irgendwo hin, oder? Du liegst ja nur, oder? Nee, die hat mich aufgespießt. Okay, warte, warte, warte. Nee, komm, 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 komm. Pass auf, der eine, der läuft in eure Richtung. Nur ich weiß nicht, in welcher. Oh Gott. Er hat mich schon gesehen. Scheiße. Hahaha. Ah, drei aufgeladen. Scheiße. Ja, das war's. Ein Schlag. Feierabend. Aber jetzt hat er wenigstens das Lichter runtergeholt. Super. Ja, Mann. Korrekt. Dann verfolgt ihn gleich. Ihr könnt euch heilen. Er hat mich gerade hier am Start. Aber er kommt in die neue Richtung. Vorsichtig. Auch wenn er mich hier in der Hand hat, er kann sofort einen umhauen. Komplett. Also hier mit seinem Evil Wolf in. Drei hat er an. Also geht er am besten weg, wenn's geht. Geht er weg. Geht er weg. Geht er weg. Er kann euch töten mit einem Schlag. Also nicht in den Schrank gehen. Das hört er doch. Oh oh. Machst du das, Markus? Ja, ich bin im Schrank. Okay, weil das hört dann, wenn du das so nahmachst. Ja gut, jetzt wird das nicht hören. Weil ich gerade aufgehangen wurde, das Feuer hier am Lodern ist. Glück gehabt. Aber... Warte, ich versuche mich selbst nicht zu befreien. Weil der wird hier campen. Der Wixer ist so kein Camper-Wixer. Da werde ich euch nicht reinreiten. Markus, geil! 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 Nein! 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 Egal! Egal! Bring dich schon sicher! Ich stehe neben ihm. Scheiße! Der hat mich gesehen! Geil! Hahahaha! Voll den verarscht! Hahahaha! Ablaufen! Gott sei Dank! Ja! 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 Geil! Geil! Wieder aufgeladen. Nicht gut! Nicht gut! Nein, ne Pille Alter! Ne! Renn weiter! Renn weiter! Die ist da, nicht all! Aber der kommt aus von dem Fenster gekrabbelt, die Sprung, Alter, was ist los? Was ist das für eine Runde? Hat ja noch kein Artikel in den Raddruck gemacht, Alter, aber eigentlich nur ein Ende. Das stimmt doch fast. Ich hab hier schon selbst. Ich hab hier schon selbst. Scheiße, down, fuck. Sorry, Bro. Ach, kein Ding. Ich bin gestolpert. Ich hab hier selbst fast durch. Ja, bin durch. Aber wie ich diese möchte gern Camper Hustle, ja? Ja, es ist kacke, es macht keinen Spaß. Dass die das immer noch nicht gefixt haben, die wollten das eigentlich schon mal machen. Also von wegen hier. Erstmal hängen wird kein Leben abgezogen. Das würde ja schon mal vom Campen abhängen, aber... Oh Gott, ich verkacke jedes Verfickte. Ich werde konzentrieren, ey. Vor allem, der stand nur ein Stück von dir entfernt, wo du am Hängen warst, Alter. Und der hat nicht gesehen, dass ich hinter den war, Alter, und dich runterkriege. Ja, ja, das sind wir ja auch gemacht, so geil, ey. Schön, ey. Aber die haben die Zonen der Massen eingeengt, ey. Ganz ehrlich, also da, wo du treffen musst mit der Space Stars, ey. Ganz ehrlich, das haben die... Das haben die locker um 20% oder 15% reduziert, ey. Ich treff, ich treff, ey, von 10 Versuchen wirklich. Also höchstens 4, 5. Das ist, das ist 50, 50, also echt zum Kotzen, ey. Ich bin einfach zu eifert, den Sch... Ach, scheiße, die haben sie schon geblündert, ey. Hier auch, ja, okay. Hier hab ich den Killer letztens im Killer auch voll verarscht, Alter. Ja? Ja, er ist mich im Schrank gesperrt, der reingekommen, der die erste Schranktür aufgemacht, keiner da, und der andere war ja am Hängen, ne? Ja. Und ich war ganz hinten in den Schrank, Alter. Dann hängt der, oder haut der irgendwie den... Nee, hol ich den einen da runter, da, von diesen Dingen, und er renn gerade hoch. Und der in der Zeit dann nochmal irgendwie da aufgehangen und ich den wieder runtergeholt und den dann wieder im Schrank reingejumpt, weißt du? Geil. Du kannst doch schnell ausm Schrank rausspringen, ich glaube du musst du Shift drücken. ...S-S-S-S-S-S-S-S, Summership, glaub ich. Ich weiß doch nicht ob links- oder rechts-Shift, das heißt wenn er gesehen hat, dass du in den Schrank reingehst, kannst du doch schnell wieder rausspringen. Dann kann er dich nicht packen. Also, äh, normaler Moog wäre ja einfach wieder Space drücken oder so, aber... Du kannst, glaub ich, mit Summershift oder sowas, oder so, dann kannst du doch ausm Schrank rausspringen. Geh dann zehnmal schneller. Und, äh, das ist dann, äh, ja, notwendig auch wenn... Wenn dich gesehen hat, dann zieht er dich ja sofort raus und hatte ich sofort am Haken. Achso, ja gut zu wissen, ey. Ich weiß jetzt aber nicht, welchen Schiff haste. Also, ob das Ding oder rechte? Irgendwo war da was. Aber er ist auf jeden Fall aufgeladen. Ich hab Herzkopf und ich hör's auch, wenn er kommt, dann macht's so'n Peng bei mir.